Oh nein, ich bin so ein Trottel. Nein! Okay, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hast du mir leid? Ja, ich verzeih dir, du bist... Oh! Hallo, Mini-Paluten hier. Dummkopf Palette hat leider was bei der Aufnahme vermasselt. Damit es heute aber trotzdem eine Folge gibt, seht ihr die verlorene Aufnahme einfach aus der Perspektive der anderen YouTuber, aber sogar mit Palut ins Facecam. Viel Spaß und sorry. Oh nein, ich bin so ein Trottel. Oh nein, ich wusste, dass sowas passiert. Oh nein, ich hab... Bei Norex wollte ich mir unbedingt sein Dingens angucken. Ah, das war so dumm. Und dann hab ich die Fensteraufnahme drin gehabt. Ah, das war doof. Das war ganz, ganz doof. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Aber... Nee, nee, die Fensteraufnahme hat sozusagen mein, ähm... Browser. Browser aufgenommen und nicht das. Ah, das war... Der nimmt mir mein VOD vom Stream. Oh, Mist, der macht gute Hits. Mist. Was mach ich hier? Uah. Uah, Alter, er gibt mir richtig gute Hits. Komm, 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 komm. Nein! Uah, nein! Ah, Turbo. Turbo-Badewanne, Alter. Ah, ja, hat er besser gemacht. Da wurde ich... Das ist wieder, glaube ich, mein größtes Problem. Ich werd dann richtig nervös. Und weiß dann nicht, was mach ich jetzt? Hätt ich mich jetzt eher zurückziehen sollen? Ah, es gibt auch noch Abigail's Game Store. Lass mal zu Abigail gehen. Weil was soll ich jetzt bei meinem Laden? Oh Gott! Ja, ja, okay, das war jetzt... Das war wirklich mein Fehler. Das geb ich gerne zu. Weg haben wir aus dem Meer. So. Ich hab's geschafft! Ah, ich bin aber noch nicht beim Checkpoint und mein Auto. Ja, das ist nicht mehr so richtig fahrtüchtig. Aber das war nicht schlecht. So, komm, nochmal. Ich glaub, man braucht einfach nur genügend Schwung. Ja, 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 ja. Okay. Wo bin ich jetzt? Ich bin ganz woanders. Okay. Ja, warte mal, da muss ich doch... Da muss ich Schwung holen. Oh, 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 da ist irgendwas. Nicht ganz in Ordnung. Oh. Ja, perfekt. Yep. Ja, Leute, hier ist irgendwas. Es raucht. Oh Gott, jetzt brennt's. Ähm, ja, das sieht nicht gut aus. Ja, wie soll ich das denn machen? Komm ich da? Ja, ja, und hier jetzt... Oh! Ey, ich kann nicht so schnell drehen. Na, vielleicht sollte ich... Jetzt schon. Jetzt, 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 jetzt. Oh, nein, mein... Oh! Mein Lenkrad ist hier kurz wieder logger. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Okay, jetzt... Oh, nee, was ist da hinten? Zählt nicht. So, kein Problem. Komm, einfach ballern. Ich weiß nicht, was kommt. Aber ich glaub, ballern ist gut. Oh, Lupin. Oh. Ey, wir waren zu langsam, kann das sein? Uh, na, wie landet er? Oder war ich? Oh, ja. Uh, fast ein bisschen zu weich. Oh, Alter, er kriegt gut Tempo. Nee, 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 nee. Nach links, 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 links. Ja, 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 ja. Okay, alles easy. Ah, wieder den gleichen Fehler gemacht. Oh, Alter, aber er hat's einfach geschafft. Jetzt muss er nur noch das hier packen. Aber er schafft's trotzdem. Juhu, was für eine Maschine. Oh, jetzt sind die Dinger dran. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Bisschen Geschwindigkeit brauchen wir. Ja, aber das reicht jetzt hier. Hopp. Oh, die sind dort. Ey, tut mir leid. Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. Ich vergesse das halt immer. So. Instant Turbo. Bisschen runter. 140. Ja, 145. Sehr gut. Hoch mit dir. Und jetzt. Flieg. Flieg. Nee, das ist falsch jetzt. Das ist falsch. Aua. Ja, aber an sich hat's funktioniert. Alles gut bei dir? So, dann einmal Fliese. Ja, die ballern wir hier komplett hin. Ah, ich hab nicht genügend Platz. Ähm. Das ist das, was ich mein. Very good. Ich meine, wir haben nicht genügend Fliesen. Hey, Palette hat ne Abmoderation vergessen. Guckt auf paluten.shop vorbei und lasst gerne einen geilen Like da. Jetzt wünscht euch Mini-Paluten noch einen schönen Tag. Haut rein und tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.